Wir sind ein freier Verein. Wir betreiben das Tierheim hier frei. Die werden von der Stadt im Jahr mit 12.000 Euro unterstützt. Im Gegenzug müssen wir Fundtiere aufnehmen. Wir finanzieren uns zum Teil auch über die Sommerfeste, Herbstfest, über den Frühlingsmarkt in Binsen. Da wäre es schön, wenn viele Helfer mitkommen, die Kuchen verkaufen. Der Rest finanziert sich durch Abgaben für die Hunde, dann durch Schutzgebühren, durch Spenden, durch Mitgliedsbeiträge, weil wir als Verein strukturiert sind, und durch Pensionstiere. Wir sind keine Aufbewahrungsstation für Dauer. Wir wollen wirklich, dass alle Tiere, die hier sind, vermittelt werden. Auch die komplizierteren Fälle. Wir bemühen uns, die Hunde in Gruppen zu halten. Das ist für die Hunde besser. Sie sind ausgeglichener, sie sind ausgewogener. Zu kleinen Tieren muss man sagen. Die größte Fehler ist immer noch, dass die Fläche zu klein ist. Es sind Lauftiere. Wir leben in freier Wildbahn draußen auf einer großen Fläche. Oftmals, wenn man es den Leuten sagt, machen sie es auch gerne. Man muss ja sagen, die Leute hängen auch in ihren Kaninchen oder in ihren Meerschleinchen. Bei den Katzen sieht es anders aus. Dann können wir präventiv tätig werden, indem wir die Katzen kastrieren. Das machen wir auch sehr, sehr gerne. Es lohnt sich für uns. Wir haben in dem Bereich wirklich Erfolge, dass weniger Katzen kommen als früher mal. Wenn sich jemand für ein Tier interessiert, wir sind auf allen möglichen Wegen erreichbar. Per Telefon, per E-Mail. Am besten ist allerdings, wenn man vorbeikommt, wenn man kurz vorher sich das Tier anguckt. Und dann eigentlich findet man immer das richtige Tier für den richtigen Menschen.